wir haben überall zu wenig kohle das können wir sonst nicht machen das könnten wir machen breitseitenkanonen können wir erweitern mit großer feuerkraft auf jeder seite warum so warum kann ich das jetzt nicht auswählen warum kann ich das jetzt nicht auswählen was sagt dein bauch im scheiß bauch gefühl hast du aber wie können die uns denn sehen wollen die uns alle verarschen und was willst du die verarschen uns gerade richtig ich bin mir nicht sicher gleich aber jetzt nicht noch nicht noch haben wir auf den weg ein paar riesen einbringen wird die kurze stehen ich setze kurs auf die dumme dumm sein ganz einfach du kannst du nicht mit diesen sachen mit den sachen ich muss mit bomben hat er gehen warum kann ich keine bomben auswählen verdammte scheiße ich will bomben auswählen ich will bomben auswählen kann keine bomben auswählen ich kann keine bomben auswählen ich kann ja jetzt jetzt kann ich bomben auswählen oder wie hey boah alter ey ich will da jetzt irgendwie durch haltet euch fest boah alter ist ja wie im zweiten wehrkrieg hier zahle segel bewegung wo sind die anderen da komm du bist gleich weg dieses verfickte schifter das können wir jetzt wohl aufhalten ey so das schiff ist da und das ist weg das müssen wir irgendwo regnen irgendwo müssen wir jetzt regnen oder wir fahren einfach weiter und erobern das fort später oder so aber das würde ich doch jetzt gerne noch schaffen ey das ist mir echt das lässt das lässt mir echt keine ruhe das lässt mir echt keine ruhe dass wir das einfach nicht hinkriegen dass wir das einfach nicht hinkriegen so ducken 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 die kommen so und jetzt fahren wir wieder zum fort zurück aber da von dahinten kommt ja wieder ein schiff ey das kann doch nicht angehen so ich rase jetzt hier mit reisegeschwindigkeit durch so von denen werde ich gottseidank nicht getroffen doch werde ich ne werde ich nicht werde ich nicht fuck 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 oh 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 schauen wir wieder nicht oh 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 komm eins von vier haben wir doch jetzt schon so und zack zack feuer feuer und wir sind down 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 das heißt dass sie nur noch irgendwie heil rauskommen was wollen die denn ey ich hab denen doch gar nichts getan die scheiß penner ey komm ja jetzt geht in deckung aber trotzdem nützt das nichts oder wat ja komm doch komm doch oh fuck man ich könnte echt austicken weil so sachen so jetzt jetzt ist mir das fort egal ey mir ist das verfickte fort egal ich fahr jetzt zur hauptmission ey mir doch egal sorry ne aber das geht echt zu weit ey so ne scheiße da hab ich echt keinen bock drauf da mach ich hier weiter da fahr ich zur hauptmission das ist mir dann echt so auf geht's ich bin ein glücklicher mann wir sprachen wie ein valise ade und was willst du was der kit sprach von einer prise der mir unten in tulum zeigen wollte ziemlich weit weg leider auf der halb insel yukata kannst du ihm denn vertrauen ich bin mir nicht sicher aber er hat eine art mir ins gewissen zu reden dass es mich schaudert ich sollte treffen solange wir auf den weg ein paar prisen einbringen wird die kurs schon verstehen ich setze kurs auf tulum gut ach ne singen kann ich jetzt erstmal gar nicht machen also sorry wenn ich gerade ein bisschen ausgeteckt aber manchmal da wird es auch bei mir auf ohne witz also das regt einen so auf die schießen ja von überall und mein tipp ist ja anscheinend noch nicht so gut dass ich mich verteidigen kann irgendwann werden wir das den wixern heimzahlen ohne witz eigentlich muss ich jetzt echt überall nur noch piepen so piep 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 ich lebe deine mutter so komm zack bereit zum feuern kämpfen ich freue mich mal wieder so ein erfolgserlebnis nein kriegen wir natürlich nicht so dann weichen wir den jetzt halt aus die kriegen uns glaube ich eh nicht so wir haben noch ungefähr 6000 meter dann sind wir bei der nächsten hauptmission vielleicht treffen wir da schon wieder kit verlass was heißt vielleicht bestimmt treffen wir da wieder kit sind doch gleich raus aus dem sperrgebiet dann haben wir die erstmal los weil sie sind trotzdem noch hinter uns so ein die feiern wieder auf uns so ich dich mal ein bisschen tnt hier ne so ich lege mal ein bisschen tnt dann könnt ihr ja mal sehen wie er da vorbeikommt ey so wir reisen hier mit reisegeschwindigkeit jetzt ist es wieder ein bisschen bedeckt aber trotzdem noch wärmstes wetter hier da kommt eine insel der weichen wir mal aus also das ist ja richtig im westen richtig tief im westen drinnen tief im westen so achtung nicht auf die sandbag auflaufen gespeichert so müssen wir nicht wieder dieses gelaber hören von adele von ade adewalli ne ich will aber nicht schießen der verfolgt uns echt guck mal das andere schiff hat schon aufgegeben jawoll jetzt gibt es auch endlich auch weil es weiß es hat keine chance gegen uns jawoll was ich sehe keinen wo feuern die denn so nur dann werfen wir halt ein bisschen tnt ab sollen sie doch mensch das zieht sich echt ganz schön das zieht sich echt in die länge was kommt da auf uns zu ein spanischer schon na zahre augusta stufe 11 treffen wir die ne oh fuck bomben können wir nicht ne doch können wir bomben können wir die schön abbomben steuer na egal lassen wir das auch mal lassen wir das auch mal leben bin ja weg bin ja weg nicht als salzwasser so hier tnt könnt ihr ja mal sehen wie er da zurechtkommt so erbeutern 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 mensch mein deutsch ist heute auch wieder super mega geil mein deutsch ist super mega geil so alter immer noch 3000 meter und da kommen wieder diese kriegsschiffe was sind das für welche oh oh eine spanische fregatte und noch eine fregatte zwei fregatten mit denen sollten wir uns nicht anlegen da haben wir keine chance da haben wir keine chance sind ja auch gleich da sind ja nur noch 2000 meter knapp ah endlich haben wir wieder ruhe nach den ganzen turbulenten turbulenten am anfang am anfang fangen haben wir jetzt ein bisschen ruhe ne fangen trotzdem mal ein bisschen tnt her oder verfolgen die uns jetzt parallel das wäre natürlich richtig scheiße da ist auf jeden fall noch mehr beute das ist gut man kann gar nicht genug haben jawoll noch mehr treibgut stoff einmal stoff toll da war da hinten es ist ja schon am brett oh 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 hms triton eine englische fregatte eine britische fregatte sagen wir mal so da ist auch noch ein sperrgebiet brennt das schon oh das ist down das hat schon gebrannt bevor wir auf S gezielt haben so 1000 meter ich kann das hier schon sehen und riechen es riecht süß es riecht wie der Atlantik ist das überhaupt der Atlantik ne ne ich glaub da der Pazifik ist das doch Pazifik ich kenn mich mit der Erdkunde nicht so aus gucken wir uns mal die Insel da an schön auch wieder eine ganz kleine Insel worauf ich leider nicht leben möchte weil das mir einfach zu einsam wäre du hast ja da nischt du bist auf dich allein gestellt und musst was mit dir alleine unternehmen jetzt sind wir knapp 14 km gefahren mit dem Schiff ey das kommt mir vor als wäre das schon nahe in Ewigkeit gewesen aber es waren grad mal ich glaub knapp 5 Minuten oder so indem wir unsere Ruhe hatten dass wir da auch nicht per Schnellreise hin können das ärgert mich ja so ein bisschen da hinten können wir anlegen wenn wir nicht wieder in ein Schutzgebiet reinfahren auch viel Urwald hier so scheint mir das aber das scheinen wir anlegen zu können mal gucken welch welch was das hier ist Sequenz 4 nichts ist wahr dann starten wir mal die Mission und schauen was uns da erwartet bin gespannt ob wir wieder Kid treffen oder jemand anderen keine Ahnung wir wissen's gleich hmhm so James Kid aufspüren haha also James Kid müssen wir wieder aufspüren sind aber in einem Sperrgebiet drin Assassinen bewusstlos schlagen und Schatzkizzen plündern Ei wir müssen jetzt unsere eigene Rasse also umbringen so und wir sind ah ja im Karibischen Meer haha aber was ist das für eine Insel hier was ist das für eine Insel so wie gehen wir denn jetzt wo gehen wir lang da oben kommen wir da oben lang aha wir kommen da oben lang gut wir müssen halt nur unentdeckt bleiben ne nichts leichter als das oh oh ja kommt her kommt her komm her komm her zack erster komm hier bin ich ja komm 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 her bam zack Nummer 2 so erstmal synchronisiere ich hier den Aussichtspunkt wenn das der ist ist der das nein das ist auf dem anderen da oben ist der da oben ist der Aussichtspunkt wenn die mich jetzt nicht sehen dann würde ich da erstmal kurz rauf wenn die mich jetzt nicht sehen aber die scheinen mich nicht zu sehen nein nein alles super alles bestens so hier ist der nächste Aussichtspunkt und schön schöne Aussicht muss ich sagen super gefällt mir gefällt mir richtig gut so können wir jetzt vielleicht gucken was das für eine Insel ist Tulum ach klar ja Tulum hier ist auch übrigens aha guck mal was hier ist eine Maja Stähle würde ich gerne mitnehmen dann bekommen wir ja einen weiteren Schlüssel und dann kriegen wir ja ähm das ist ein Animusfragment ne das nehme ich nicht dann ist ja da ein weiterer Schlüssel oh 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 haben wir jetzt nicht erwischt schade dann können wir ja um den Satz fortzuführen ein weiteres Rädchen umdrehen boah alter wie viele Assassinen hier sind ne so James Kidd ist da hinten fuck fuck oh oh die haben mich gesehen scheiße jetzt sind überall Assassinen ey also hier bin eigentlich überall ich aha hallo werte Dame hier bin ich nicht kommen sie mal her komm wollen wir es in den Busch treiben komm zack guck mal weißt du guck mal die stehen da drüben die Männer das ist wieder typisch mann die rauf wird attackiert ja na und also zusehen wie sie zurecht kommen hat dabei sagte wir sollen wachsam sein nein fuck das war jetzt mein fehler das war mein fehler nur das tut in